Der Merkur hat 58 Millionen Kilometer Abstand zu der Sonne. Die Venus hat 108 Millionen Abstand zu der Sonne. Die Erde hat 150 Millionen Kilometer Abstand zu der Sonne. Der Mars hat 228 Millionen Kilometer Abstand zu der Sonne. Das hier ist der Asteroidengürtel. Der Jupiter hat 778 Millionen Kilometer Abstand zu der Sonne. Der Saturn hat 1 Milliarden 427 Kilometer Abstand zu der Sonne. Der Uranus hat 2 Milliarden 884 Millionen Kilometer Abstand zu der Sonne. Und der Neptun hat 4 Milliarden 509 Kilometer Abstand zu der Sonne. Der Durchmesser von Merkur beträgt 4879. Von der Venus 12104, von der Erde 12742 und der Durchmesser von Mars ist 6779. Vom Jupiter ist 139 822 Kilometer Abstand zu der Sonne. Vom Neptun hat 49244 Kilometer Durchmesser. Die Venus hat übrigens keinen Mond. Der Merkur hat auch keinen Mond. Die Erde hat einen Mond. So entsteht Flut und Ebbe. Der Mars hat zwei Monde. Phomus und Daimus. Der Jupiter hat 69 Monde. Das sind die meistbekannten Monde von einem Himmelskörper in unserer Sonne. Der Saturn hat 62 Monde. Das sind auch sehr viele. Der Uranus hat 27 Monde. Und der Neptun hat 14 Monde. Das sind die gleiche. Das sind die converts Himmelskörper in der Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020